Hallo und willkommen zur Amortisationsrechnung und damit das möglichst verständlich wird, steigen wir direkt mit einem Beispiel ein. Denn die Frage ist natürlich, was bedeutet Amortisation und lasst uns mal ein Unternehmen sein, welches T-Shirts produziert. Also wir gehen davon aus, wir steigen jetzt da voll ein, produzieren Shirts und wir nehmen uns vor, der Verkaufspreis für ein Shirt beträgt 20 Euro. Was wir dazu jetzt natürlich benötigen, ist eine Maschine, um diese Shirts zu produzieren und wir nehmen uns zwei Angebote her und bewerten diese anhand von der Amortisationsrechnung. Und genau das werden wir jetzt tun. Das hier sind unsere zwei Maschinen, Maschine 1 und Maschine 2. Die erste Maschine hat Anschaffungskosten in Höhe von 60.000 Euro, die andere 100.000 Euro. Dafür ist die Nutzungsdauer bei Maschine 1 lediglich 5 Jahre, bei Maschine 2 8 Jahre. Jetzt auch ganz interessant, der Restwert von Maschine 1 beträgt 0 Euro. Das heißt, buchhalterisch hat diese Maschine nach 5 Jahren keinen Wert mehr für mich. Maschine 2 hat zumindest noch einen Restwert von 7.000 Euro. So, dann kann ich noch drauf schauen, wie hoch sind die Fixkosten pro Jahr und die betragen bei Maschine 1 30.000 Euro. Bei Maschine 2, da wird es ein bisschen teurer, da habe ich Fixkosten von 40.000 Euro. Und die Kapazität, also wie viel Stück pro Jahr könnte ich mit dieser Maschine produzieren. Da habe ich bei Maschine 1 15.000 Stück und bei Maschine 2 20.000 Stück. Zu guter Letzt ist noch interessant, wie hoch sind die Kosten pro Shirt. Also pro Shirt, das ich mit Maschine 1 produziere, habe ich Kosten von 14 Euro. Bei Maschine 2 komme ich pro Shirt auf Kosten von 12,50 Euro. Mit diesen Werten ist nun die Frage, wie hoch ist die Amortisationszeit. Und das bedeutet, wie schnell habe ich die Kosten der Maschine wieder erwirtschaftet. Das heißt, ich muss jetzt schauen, wie viele Kosten entstehen tatsächlich bei der jeweiligen Maschine. Und wie lange dauert es, bis ich diese Kosten wieder drin habe, damit sich die Maschine rentiert und ich mit der Maschine, mit dieser Investition Gewinn mache. Okay, genau das wird jetzt die Aufgabe sein und genau das gehen wir jetzt gemeinsam an. Hier also die wichtigsten Werte. Und was ich auch noch brauche, ganz wichtig, ist die geplante Stückzahl. Ich plane damit eine Stückzahl von 13.000 T-Shirts pro Jahr zu produzieren. Das ist meine Ausgangslage. Es geht also nicht darum, wie viel könnte ich mit der Maschine produzieren, sondern in dem Fall geht es wirklich darum, ich möchte 13.000 Stück produzieren pro Jahr. Beide Maschinen können das abrufen, also haben die Kapazität dafür. Und jetzt kann ich loslegen. Und das erste, was ich jetzt berechnen kann, ist, wenn ich 13.000 Stück geplant habe, ich möchte ja ein Shirt für 20 Euro verkaufen, dann kann ich jetzt erstmal sagen, ich berechne meinen Umsatz. Das sind einmal 13.000 Stück mal 20 Euro, sind 260.000 Euro und zwar beidseitig. Also ich habe beides mal einen Umsatz von 260.000 Euro. Und jetzt muss ich schauen, was muss ich denn gegenrechnen? Wo unterscheidet sich es? Der Umsatz ist ja unabhängig von der Maschine, das ist ja mein Verkaufspreis. Was ich jetzt aber anschauen kann, ist, ich habe bei Maschine 1 einen Preis von 14 Euro pro Shirt. Also kann ich erstmal sagen, meine variablen Kosten sind 14 Euro mal meine Stückzahl. Ich möchte 13.000 Stück produzieren, also habe ich 14 Euro mal 13.000. Ich habe variable Kosten bei Maschine 1 von 182.000 Euro. Bei Maschine 2 habe ich 12,50 Euro pro Shirt, also habe ich hier variable Kosten in Höhe von 162.500 Euro. Das heißt, bei Maschine 2 würde ich weniger variable Kosten haben. Das ist schon mal das erste, was ich hier berechnen kann. Als nächsten Schritt kann ich mir anschauen, wie hoch sind meine zusätzlichen Kosten, also meine Gesamtkosten. Ich habe jetzt variable Kosten von 162.000 Euro und ich habe Fixkosten in Höhe von 30.000 Euro. Das heißt, meine gesamten Kosten bei Maschine 1 belaufen sich auf insgesamt 212.000 Euro. Bei Maschine 2 habe ich die variablen Kosten von 162.500 plus 40.000 Euro fixe Kosten. Das heißt, hier habe ich gesamte Kosten von 202.500 Euro. Das heißt, auch bei den gesamten Kosten ist Maschine 2 immer noch billiger. Und jetzt kann ich noch drauf schauen, zu guter Letzt, was habe ich an Gewinn. Das heißt, ich kann ja jetzt sagen, wenn ich einen Umsatz habe von 260.000 Euro und gesamte Kosten von 212.000 Euro, dann gibt es einen jährlichen Gewinn bei Maschine 1 von 48.000 Euro. Maschine 2, wo ich den gleichen Umsatz habe, aber niedrigere gesamte Kosten, habe ich einen höheren Gewinn pro Jahr, nämlich 57.500 Euro. Das ist jetzt mal meine Ausgangslage. Das konnte ich ganz leicht alles berechnen. Und jetzt muss ich schauen, was fange ich mit diesen Werten an für meine Amortisationszeit. So, jetzt kümmern wir uns mal um diese Amortisationszeit. Wir haben hier die wichtigsten Angaben der beiden Maschinen. Was ich jetzt theoretisch bei Maschine 1 machen könnte, wäre zu sagen, okay, wann rentiert sich diese Maschine, also nämlich die 60.000 Euro, die ich da reingesteckt habe, und halte die durch 48.000 Euro und erhalte dann 1,25 Jahre. So, das heißt, nach 1,25 Jahren habe ich das wieder erwirtschaftet, dieses Geld, und auf der anderen Seite habe ich 100.000 Euro und teile das durch meinen Gewinn von 57.500 Euro und erhalte dann eine Zeitspanne von 1,62 Jahren, die ich brauche, um dieses Geld wieder zu erwirtschaften. Das ist leider zu einfach. Das geht in die richtige Richtung vom Denken her. Allerdings ist es ein klein wenig komplexer und wir müssen jetzt drauf schauen, was genau muss ich denn da noch umdenken, damit das Ganze entsprechend funktioniert. Also, wir schauen mal Maschine 1 an, beziehungsweise wir blicken mal auf die generelle Formel der Amortisationsrechnung, die da nämlich lautet, über dem Bruchstrich steht Anschaffungskosten minus Restwert. Das ist bei Maschine 1 gar kein Thema, denn ich habe hier keinen Restwert. Der Restwert ist 0, das heißt, hier stehen lediglich die 60.000 Euro, die ich investiert habe in diese Maschine und die muss ich eben wieder erwirtschaften. Bei Maschine 2 ist es so, ich habe 100.000 Euro Anschaffungskosten gehabt, ich habe aber nach der Nutzungsdauer noch einen Restwert von 7.000 Euro. Das heißt, effektiv muss ich lediglich 93.000 Euro wieder erwirtschaften, damit sich diese Maschine amortisiert hat. Das ist der erste Gedankengang, den wir brauchen. Und jetzt kommt der Bruchstrich und unter dem Bruchstrich steht jetzt folgendes, da steht nicht nur Gewinn, ich beziehe das nicht nur auf den Gewinn, sondern da steht noch Plusabschreibung. Und da müssen wir drauf schauen, wieso jetzt die Abschreibung da noch addieren. Das liegt daran, dass sich der Gewinn zuvor wie folgt berechnet hat. Ich habe generell, nehme ich meinen Umsatz und mache dann Minus, beispielsweise mein Material, das ich benötige für meine Shirts, Minus die Abschreibung von meiner Maschine, also den Wertverlust und so weiter. Und das ist genau der Punkt. Bei meinen variablen Kosten pro Shirt, diese 12,50 Euro beziehungsweise die 14 Euro, die da angefallen sind, da steckt eben diese Abschreibung drin. Diese Abschreibung habe ich abgezogen. Dadurch, dass die Abschreibung aber keine sichtbaren Kosten sind, möchte ich diese nicht mit einberechnet haben. Das heißt, wenn die zuvor in den Stückkosten abgezogen wurden, addiere ich diese jetzt wieder, dann sind sie aus der Rechnung rausgerechnet. Weil die eben, und da hoffe ich, dass das irgendwie ein bisschen Sinn macht, oder ihr lernt es einfach auswendig. Also, die Abschreibungen wurden zuvor bei der Gewinnermittlung, wurden diese abgezogen, also subtrahiert. Und wenn ich die jetzt wieder addiere, dann habe ich sie rausgerechnet. Und genau deshalb addiere ich hier zum Gewinn die Abschreibung, damit die Abschreibung aus der Rechnung rausgerechnet wird, weil es keine sichtbaren Kosten sind. So, ich hoffe, das war einleuchtend. Und jetzt können wir anfangen zu rechnen. Genau das machen wir jetzt. Wir berechnen zuerst einmal die Abschreibung bei Maschine 1. Da gehen wir vor wie folgt. Die Abschreibung, wir haben Anschaffungskosten minus Restwert. Der Restwert ist 0. Also habe ich die Rechnung 60.000 Euro geteilt auf 5 Jahre, gibt eine Abschreibung von 12.000 Euro. Wenn ich das gleiche bei Maschine 2 mache, dann habe ich eben 100.000 Euro minus die 7.000 Euro, macht 93.000 Euro. Das muss ich zuerst berechnen. Der Restwert wird hier mit einberechnet. Also muss ich effektiv 93.000 Euro an Anschaffungskosten berechnen. Und diese teile ich durch 8 Jahre. Dann erhalte ich eine Abschreibung in Höhe von 11.625 Euro. Und jetzt wende ich meine Formel für die Amortisationszeit an. Und zwar bei Maschine 1 wäre das dann 60.000 Euro, die ich habe an Anschaffungskosten. Und jetzt eben geteilt durch Gewinn plus Abschreibung. Also geteilt durch 48.000 Euro plus 12.000 Euro. Das gibt ebenfalls 60.000 Euro. Also erhalte ich eine Amortisationszeit von einem Jahr. Es dauert genau ein Jahr mit diesen Werten, dass ich diese Maschine 1 amortisiert habe. Das heißt, dass ich die Kosten dafür wieder erwirtschaftet habe. Und bei Maschine 2 läuft das Ganze dann genau gleich. Amortisationszeit berechnet sich. Und jetzt eben 100.000 Euro minus 7.000 Euro. Restwert abziehen. Also 93.000 Euro geteilt durch Gewinn plus Abschreibung. 57.500 plus 11.625 Euro. Und ich erhalte eine Amortisationszeit von 1,35 Jahren. Das heißt, in Summe lässt sich jetzt festhalten, Maschine 1 bei den vorgegebenen Werten benötigt ein Jahr, damit ich das Ganze wieder amortisiert habe. Sprich, damit ich die Kosten wieder drin habe. Bei Maschine 2 dauert das 1,35 Jahre. Also länger, was ja schlechter ist in diesem Fall. Das heißt, bei der Amortisationsrechnung in diesem Fall würde ich mich für Maschine 1 entscheiden, wenn ich das Geld schneller wieder erwirtschaftet habe. Was hier nicht betrachtet wird, ist beispielsweise die Kapazität. Bei Maschine 2 habe ich 5000 Stück Kapazität mehr. Das heißt, solche Dinge werden hier nicht in Betracht gezogen, was aber durchaus relevant für das Unternehmen sein könnte. Nächste Woche gibt es das nächste Video. Ich hoffe, das hat geholfen. Ich hoffe, das war einleuchtend Feedback. Gerne in die Kommentare. Hier oben ist die Playlist für Investitionen und Finanzierung. Und ansonsten wie immer viel, viel Erfolg für Klassenarbeiten und Prüfungen. Jetzt wiederhole ich die Kommentare.